was geht ab meine freunde euer benny hier und herzlich willkommen zu einem neuen video ja freunde es ist ein neues pack opening am start fifa 17 ist da ja ich habe auch euch ein paar packs bei fifa 17 zu zeigen wenn ihr noch mal bock habt darauf gibt mir einen daumen nach oben und bevor wir jetzt die packs öffnen möchte ich euch zeigen wie ich dazu kam die packs auszumachen das heißt ihr habt auch die chance für die die können für sieben zu haben und denen sich interessiert können natürlich auch skippen oder zwei drei minuten vor aber ich möchte euch das ganze erklären falls ihr auch mit bock habt ihr ein paar retro packs aufzumachen krasses team of the week ist am start mit messi agro euro und ja ihr müsst vier spiele bei einzelspieler turnier machen und vier spiele bei einzelspieler lison da habt ihr ungefähr 5000 dann geht ihr bei squad building challenges könnt erstmal mit den ganzen basis bisher spcs anfangen bitte nur nicht afrika tour die ist teuer aber den rest könnt ihr alles machen ja freunde dann könnt ihr natürlich fortgeschritten und liegen spcs machen und nimmt natürlich nur die die sich lohnen ich werde hier wahrscheinlich auch noch südamerika tour und liga nation halbe abschließen du hast die anderen waren billiger und besser deswegen dass man erklärungen liegen ans pc ist wie gesagt nur die die sich lohnen falls ihr mal wissen wollt welche man machen sollte schreibt es gerne in die kommentare rein aber jetzt können wir anfangen packs zu öffnen wir haben ein 15k pack ein 25k pack ein 35k pack ein 50k pack und ein 45k pack freunde ich habe richtig bock ich habe richtig bock ich bin richtig gehypt let's go 15k pack da kann ich euch noch zeigen wie man das ganze anbietet zeige ich euch zum beispiel wie man ein christian ronardo anbietet ein spaß ihr habt das war mein tablet ok das war jetzt scheiße an ihm hat nämlich den spieler mit genau so ein bisschen wie auf fifa 18 ihr nehmt die ganzen verträge mit und fitness heilung umtauschkarten ein gutes für das ist wert sein weil ihr bietet positionen modifikator für 300 weniger an wie es das belegt auf dem markt ist heilung bietet ihr von 1000 an finden es zu 200 menschen verträge für 300 seltener spieler vertrag 4000 und die verträge für 450 die biete ich nur an habe ich jetzt kann alles im verein gesendet keine ahnung hat mich nicht warum die deutschland wappen direkt erst mal aktivieren das könnte jetzt nicht sehen aber ist auch egal interessiert nämlich es interessiert jemanden und ja sorry wegen den ton ich hoffe das war jetzt nicht zu laut habe vergessen das auszustellen weil ich einfach bock hatte auf die packs 25 kabel da kann was kommen diese 25 kabel sind nicht schlecht die seltenen gold sets let's go ich habe nichts gesagt ja ich habe nichts gesagt die lv zu bringt jetzt nicht so viel aber im 35 kabel könnte der erste kracher kommen jetzt so let's go wir fachen hier nicht lange rum und ziehen den christianu blind alter oder blind keine ahnung was ist mit mit der glück los ist ja weg gelaufen ey man 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 mann okay aber jetzt muss man dann wirklich was kommen ich habe die ganze zeit krasse sachen gezogen deswegen wundert es mich so ein bisschen aber jetzt im 45 kabel kann was kommen 50 kabel natürlich auch let's go bahnjäger und blick okay das pack ist stabilo das ist schon wieder weg und jetzt kommen wir zum 50 kabel freunde ich habe richtig bock ich bin richtig halb und ich brauche coins also gibt mir was geiles let's go vielleicht zeige ich euch auch noch mal eine ganze fortgeschrittenes wc bitte 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 oh uuuh ei 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 koste auch ein alter beirat ja leck mich doch am zykkerli zauber ich gerade einen spruch klaue aber what the fuck junge 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 das ist nicht schlecht wir können auch gleich mal gucken für die die es interessiert wie viel die wert sind Aber das ist geil Ja, Freunde, das ist richtig geil Ich hab auch noch ein Company auf dem Markt Ey, geil, geil Wieder kein Minus gemacht, Blick und Banega wird es hier allzu viel wert sein Aber, wir haben Diego Costa Oh, ja, Wolski Die Coins brauche ich, Mann Wir können den so für 21 anbieten Dass der auch weg geht hier Und an der Weyretten müsste auch ein bisschen was wert sein, oder? Ja, ei, 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 ei Schöne Geschichte, Freunde 12, ah, 13.000 Das ist geil, Freunde 50 Kp rockt ab Und Freunde Wenn ihr jetzt Den Likes eskaliert Kommt heute noch Eine vortige Schritte nach SPC Wahrscheinlich wird es so nach so kommen, weil ich Bock habe Keine Ahnung, wie ich siehne, aber Mach's gut, Freunde Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein Hinten dann nach oben Ciao